Wenn du wissen möchtest, wie du so süße kleine Babypantöffelchen für dein Neugeborenes von 0 bis 3 Monate häkeln kannst, dann bleib jetzt dran. Alles was wir natürlich dazu brauchen, um diesen super süßen kleinen Pantoffel zu häkeln, ist wie immer Wolle. Ich habe hierfür eine super flauschige Wolle von Scharrenmeier genommen. Die gab es im Müller, die habe ich dort gefunden, die kostet 1,99 Euro. Leider habe ich hiervon nicht mehr die Banderole, sodass ich euch leider nicht die Farbe sagen kann, aber es ist ja ein Babyblau. Ich hoffe, das könnt ihr gut hier in der Kamera erkennen. Ich habe das nochmal hier in Cremeweiß von Scharrenmeier, 1,99 Euro. Die gab es bei Müller, wie gesagt. Und das hier, die cremefarbene, ist die Nummer 01002. Da könnt ihr dann diese Farbe bekommen. Das sind 25 Gramm. Das macht 85 Meter. Und da können wir schon eine ganze Menge mit herstellen für unsere kleinen Neugeborenen. und haben eine Häkelnadel in der Häkelnadelstärke, 4 Millimeter. Die gab es bei Müller, wie gesagt. Und das hier, die cremefarbene, ist die Nummer 01002. Da könnt ihr dann diese Farbe bekommen. Das sind 25 Gramm. Das macht 85 Meter. Und da können wir schon eine ganze Menge mit herstellen für unsere kleinen Neugeborenen. Also Pantoffeln auf jeden Fall. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir sogar noch eine kleine Mütze raus. Und haben eine Häkelnadel in der Häkelnadelstärke, 4 Millimeter. Wir beginnen mit einem Fadenring. Häkeln eine Luftmasche auf. Und häkeln in diesen Fadenring 6 feste Maschen. 1 2 3 4 5 und 6 Wir ziehen den Fadenring etwas enger. Wir haben insgesamt 7 Maschen gehäkelt. Und verbinden den Fadenring oder schließen diesen Ring mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier mit dieser Wolle sehen. Wir häkeln in einfachen, festen Maschen. Aber falls es euch zu kompliziert war oder zu schwierig war, durch dieses flauschige Gewühl durchzukommen oder zu gucken, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und dann zeige ich euch das nochmal mit einer ganz normalen Wolle. Wir haben eine Luftmasche aufgehäkelt und häkeln jetzt in diese Masche hinein noch eine feste Masche und häkeln in jede Masche 2 feste Maschen. 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 und 7 Auch hier schließen wir wieder mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Wir häkeln eine Luftmasche auf und häkeln eine Runde im Wechsel zwei feste Maschen und eine feste Masche. Wir häkeln in die Masche, in die wir die Luftmasche gehäkelt haben, eine feste Masche und daneben zwei feste Maschen. 4 und 2 Und 1 und 2. Und 1 und 2. Und 1 und 2 und 1 und 2. Und hier sind wir schon am Ende. Wir häkeln noch eine Masche und verbinden das andere Ende mit einer Kettenmasche in die Anfangsmasche der Runde. Wir häkeln eine Luftmasche auf und häkeln jetzt die nächsten 8 Runden einfach in festen Maschen. Dabei schließen wir jede Runde mit einer Kettenmasche in die Anfangsmasche der Runde. So, 1 ist die Luftmasche gewesen und 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18, 16, 17, 18, 19, 20. Und 21. die nächste runde kann starten die nächste runde kann starten und schließen mit einer kettmasche wie gesagt wir häkeln insgesamt 7 bis 8 runden so dass wir eine gesamtlänge von 8 cm erreicht haben es kommt ja immer auf deine wolle an und es kommt auch auf deine häkelnadel stärker an wenn du jetzt sagst ich möchte größere baby schüschen haben nimmst du natürlich eine etwas dickere wolle und auch eine etwas stärkere häkelnadel dadurch verändert sich natürlich auch die größte des pantoffels eine luftmasche auf häkeln und weiter geht's bis wir unsere 8 runden oder unsere 8 cm erreicht haben in festen maschen dann sehen wir uns auch schon gleich wieder nachdem wir nun insgesamt 12 runden gehäkelt haben begonnen mit dem fadenring dem verdoppeln und beendet mit den festen maschen machen wir nun weiter mit dem rest des pantoffels dazu gehen wir in unsere masche hinein häkeln eine luftmasche auf wenden unsere arbeit und häkeln hier 10 feste maschen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und 10 wir häkeln eine luftmasche auf wenden unsere arbeit und gehen dort wo wir die luftmasche hinein gehäkelt haben in diese masche häkeln eine masche und häkeln die restlichen auch mit einer festen masche 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 wir schauen uns die länge an häkeln eine Lüftmöche auf, schauen uns den anderen Schuh an, schauen uns unseren Pantoffel hier an und machen weiter und häkeln noch eine Reihe in festen Maschen, in dieselbe Masche, in die wir die Luftmasche gehegelt haben wieder und in die darauf folgenden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10, schauen uns unsere Arbeit an, unser Pantoffel ist jetzt fertig und wir können den Faden abtrennen, wenn du magst kannst du den Faden vernähen, bei diesem kuscheligen, bei dieser kuscheligen Wolle ist es ist aber gar nicht so nötig den Faden zu vernähen, da reicht es auch, wenn du einfach den Faden innen einhäkelst in die Wolle hinein. wir trennen den Faden ab, verhegeln noch den Faden schnell, diese kleinen Pantöffelchen sind für Neugeborene und Babys bis zu 3 Monaten, gehen uns den Faden nach innen, die restlichen Fäden können wir dann später noch abschneiden und fertig ist unser kuscheliger, süßer Pantoffel für unsere Babys und Neugeborenen von 0 bis 3 Monaten. Du musst dir dann deine Arbeit natürlich noch ein bisschen in Form ziehen, etwas in Form zupfen und fertig ist unser süßer kleiner Babypantoffel für Babys von 0 bis 3 Monaten. Wenn du magst, kannst du noch Applikationen dran setzen, Strass, Schleifen oder sonstiges, aber ich finde die auch so ganz süß. Wenn dir dieses Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und falls du mich noch nicht abonniert hast, so wird es langsam Zeit, das zu tun, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!